Willkommen zurück zu Metal Gear Rising. Ja, ich habe jetzt ein kleines Problem, ich denke aber nicht, dass es zu störend ist, ich bin jetzt bei der Stelle, wo der Roboter da oben auf der Brücke ist, aber der Roboter ist bereits weg, weil ich eine probierte Aufnahme hatte, ich habe ihn allerdings nicht getötet, ich habe ihn einfach auf Neustart gemacht und dann war er auf einmal weg. Ich weiß nicht warum, aber naja, zu kleinen Demos hat Trion, man hat den Roboter da runter bekommen, indem man diese Säulen hier kaputt geschlagen hat. Ich war noch nicht fertig mit seinem Kampf, aber ich musste meine Aufnahme unterbrechen und ja, egal, es war eh nicht so spektakulärer Kampf, es geht aber einfach weiter. Wollen wir mal gucken, was denn hier noch so in der Innenstadt so los ist. Ich bin so kurios, komisch mit Polizisten, aber ich weiß nicht, ob die wollen. Der hat auch keine Strom, ich habe versucht, die ganze Zeit zu blocken, aber der kommt nicht zu. Ah Mann! Ah, Alter, da dreht sich die Kamera einfach grundlos um. Das hat mir gerade wirklich alles versaut. Also wenigstens habe ich einen Fugel hier bekommen, da ist es nicht zu schlimm. Ah, gescheidig. Komm mal, Schlimmer. Komm her! Oh, 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 oh. Ah, da ist wieder so eine Hand gedrobt. Kann ich damit irgendwas einstellen? Irgendwas kräften oder so? Jetzt muss ich mich mal erkundigen. Ja, das ist echt ein paar Züge über. Keine Arme mehr, vielleicht nicht machen. Und wenn der Bein ab ist, müsste er tot sein. Ist das dein Ernst? In Ernsthaft? Komm, greif mich an, komm. Na, jetzt muss ich ihn lassen, der zeigt vollen Einsatz. Naja, das war's jetzt aber für ihn. Ah, eine Kiste zum Zersäbeln. Ah, maximaler Pärschild. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Und der nächste. Ja, ja, noch ein bisschen. Aber man, ich wurde von einem Raketenwerfer getroffen. Ich kann's nicht mit einem Raketenwerfer mal in den Arsch legen. Oh, 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 ein Köter. Ach, und das ist zu. Komm schon. Ja, gutes Werk. Let's treffen. Und, yes. Nächster. Ah, der Köter. Der hat mich weggerannt. Tja, das war sogar ein ziemlich guter Kontakt, gerade. Oh, der schießt mehr. Der schießt nur einmal. Fokus, da bleibt mir zu viel rum. Da sind die ganze Zeit aus dem Weg, irgendwie. Ich kann mir seine Kanone runter brettern. Ja, jetzt hat er keine Kanone mehr. Und Batsch. Ach, der hat die Verbetter noch gebracht. Ach gut. Kampfgang, ah. Ah. Sam. Das ist echt eine tolle Werbung, auf die ich keine Acht geben sollte. Und was passiert jetzt? My sword is a means to an end. To protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now. Maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their PMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down? Pumped full of fear inhibiting nanomachines? Sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos express. Listen to them. What are you talking about? Shh. Can we take them? What's wrong? The way he killed all the others? Oh God. Please God, don't let me die. Let's do this. Let's do this. I'm sorry. I'm sorry. This is fair. Little punk. Listen closely now. Die! Let's do this life. Watch my wife and son die. This is all I have left. You ain't shit. It's all I have left. You ain't shit. I need a job. Stop it! Stop it! I didn't know what I was signing up for. Is something the matter Raiden? I've nearly saved enough to bring Baba to the States. Finish him off! Whatever it takes to be done with this torture. Stop it! What am I even fighting for? Oh yeah. Eigentlich wollte ich nicht direkt drauf schlagen. Ah, die leben noch. Kann ich auch irgendwie anders hier gewinnen, ohne sie zu töten? Sam hat ja schon irgendwie recht. Das sieht aber nicht so aus. Ja, Mist. Nur einen getroffen. Ah, nee, doch nicht. Ich hab beide getroffen. Na, wenn ich versuche beide zu treffen, hab ich gar keinen getroffen. Auch gut. Ich wollte sie nicht töten, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Raiden, sind Sie verletzt? Ich dachte, sie hatten eine Wahl. Eine fairer Wahl. Nicht wie Sie. Ich bin nicht. Ich weiß, wie Sie sind. Menschen sind anders. Just as any intellect operates, man or machine, altering the course of mankind is not among my defined directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on three previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him. Dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead. You follow. Ich mag den Kettensägen und der ist cool. Oh, ich bin jetzt ziemlich verletzt. Ich will jetzt so besser hinladen. Ich versuche irgendwie die Gegner mal zu umgehen. Ich werde mich nämlich ziemlich verprügeln, wenn ich da so ankomme. Das könnte eine Weile dauern. Wie weit ist das denn noch? Ich müsste gleich da sein. Ich glaube, ich habe auch diese... Ja, vielleicht habe ich ja ein Kapitel abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Ja, aber ein kurzes Kapitel eigentlich. Ach, das will ich haben. Ernsthaft? Ich muss jetzt da durch? Ich kann ja nicht mehr mal springen. So sieht meine Angriffsabfolge aus. Ach, so kann ich ja auch wirklich kämpfen. Der sieht mich, glaube ich, nicht. Sehr gut. Ja, toll. Ich glaube, der Punkt ist schon davor. Ja. Der Punkt ist vor den beiden. Ja. Ich habe es gleich, komm. Ein paar Meter noch. Wie soll ich das schaffen? Ich frage mich ja, ob das von dem Sam geplant war, dass sie dem was alles sagen, damit er sich schlecht fühlt. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht bestimmt hier zu gewinnen. Wäre mir ein Rätsel, den wir unten, dass sie gewinnen könnte. Da ist doch Sam. Ja, ist so bestimmt. Ich bleibe bei 0,1 Prozent hängen. Komm her, Sam. Ich hole dich kaputt. Aber jetzt ist es, ist es, ist es dein Kurs, oder ist das nur was du dir sagenst? Fuck you. Wie glücklich bist du zu schnapp, Chatter Ripper. Mein Name ist Monsoon. Von den Winden der Destruktion. Ja. Ich habe das gedacht. Was ist das für einer? Was ist das für eine? Wie schnellst du die Verlust von deinem Feind? Wie schnellst du die Verlust des Lebens, wenn es zu deinem Verlust ist. Also erzählst du, wer schützt die Weak von der Mann, der schützt die Weak? Du bist die Verlusten. Du schützt sie ihre Weakten. Natürlich werden sie verletzt, wenn du sie als deine Schilder-Humann hast. Was ist gegen ihn kämpfen? Ja, du bist nicht der einzige, der auf den Verlusten auf der Verlusten. Krieg ist ein kranker Kind, aber ein effektiver Lehrer. Seine letzte Lehre ist tief in meine Psyche. Dass diese Welt und all seine Menschen verletzt sind. Freie Wille ist ein Myth. Religion ist ein Schild. Wir haben alle Psyche. Kontrollen von etwas größeres. Memen. Der DNA der Schilder. Sie schützt die Weakten. Sie sind die Kultur. Sie sind alles, was wir übernehmen. Bevorst du jemanden zu schützt wie viel, sie lösen die Hass. Sie sind die Ange der Menschen zu schützt. Sie sind ein Schraft. Sie sind ein Schindler. Anwärmung, Nebel, Verlusten, Verlusten. Muschige, Anwärmung, alles Einmal. Hier war jetzt ein Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, ob er das Video dann überspringt, wenn ich neu anmache. Naja, ist schon gut, ich lasse das noch laufen. Ich weiß nicht, ob es nur die Natur geht. Du hast keine Wahl, nichts zu antworten. Du kannst sterben mit einem klaren Bewusstsein. Du hast recht. Über mich, ich meine. Ich wusste, dass etwas anders war. Nach dem Patriots, ich dachte, dass ich aus dem Kampf gehen könnte und in eine normale Leben. Aber hier bin ich. Ich bin, um die Todes, die Philosophie mit Terroristen. Ich sagte mir, dass das um die Justiz, um die Schmerzen zu unterstützen. Aber ich bin falsch. Dann hast du das. Ich habe es gelernt, dass die Schmerzen zu schmerzen fühlt sich gut. Sehr gut. In Amerika, meine Freunde, meine Familie, meine Familie. Sie haben mir gebeten, dass ich das in der Nähe. Aber wer bin ich? Ich bin geboren, um zu töten. Die Schmerzen zu schmerzen. Das mit meiner Schmerzen... Das heißt, dass ich eine Sache benötigte, was ich an den Rippern zu halten muss, als ich in den Körper war. Du? Aber du. Das ist ein Wach-Aber-Aber-Ich an was ich wirklich glauben. Was ich wirklich bin. Was sagst du? Ich sagst, dass Jack zurück ist. Unfrequent. Kill it! Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This... This is madness! You... Do it! Alright. Pain. This is why I fight. This is my normal. My nature. You've lost your mind. Oh god. Jake the Rift has fixed the fury. Who's next? I'll take this dance. Joseph! Report back to the Chief. He's mine. I love you. I love you. I'm wrong. You're like us after all. Now you're just being nasty. Hehehehehehehehe. Oh my god. He's really sick. Oh my god. I love you so much. Want to know how I got it? Actually. Why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack. To let her rip. To let her rip. So. Den Kampf werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen. Weil mir das sonst zu lang wäre. Also sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao.